Hallo und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Ich bin jetzt schon mal aus dem Palast rausgegangen und wollte jetzt, wenn wir jetzt schon mal hier sind, sogar noch mit Rigurd sprechen. Mal gucken, was der noch zu sagen hat, der Gute. Und dann natürlich in die Schattentanzruinen gehen. Kommen wir denn da hin? Oh, hier liegt noch was. Vielleicht besser hier lang. Wo ist er denn? Ach, da irgendwo. Da sind diese Handwerksschriebe, tägliche Quest. Da oben. Rigurd. Wo ist er denn jetzt? Hilfe! Ach, da hinten dran. Willkommen zurück, meine Freundin. Rigurd hat Fürstin Itza gefunden. Sie ist nicht so gesprächig wie die Damen in Windhelm, aber sie hat wirklich klasse. Rigurd ist sich sicher, dass eine Nord-Ballade sie überzeugen wird, Frieden zwischen Nord und Kajit zu stiften. Wo sind die schreienden Mammuts? Sie schaffen das leider nicht, aber sie haben mich eine Laut und eine Trommel ausleihen lassen. Die schreienden Mammuts haben euch ihre Instrumente anfassen lassen. Ja, sogar mitnehmen. Rigurd wollte sie mal nach einem Auftritt in Nibelheim anfassen. Und von den Schlägen tut ihm heute noch der Schädel weh. Das ist auf jeden Fall Rigurds Lieblingskopfschmerz. Warum haben sie euch ihre Instrumente gegeben? Sie haben zu viel Mondzucker gegessen und wollen, dass wir an ihrer Stelle spielen. Rigurd darf ein offizielles schreiendes Mammut sein? Er darf mit dem Instrument des legendären Lautenspielers Frohngeier dem Riesenspiel? Ja. Hat Rigurd ein Fass Med getrunken und ist im Land der Träume gelandet? Vielleicht. Das sind ernst gemeinte Fragen. Rigurd ist manchmal verwirrt. Das ist alles echt. Wenn ihr die Laute wollt, nehme ich die Trommel. Rigurds Verstand explodiert wie die Spitze des Bergwardenfels. Med mit den Mammuts zu trinken ist das eine. Aber ihre Instrumente zu spielen, übersteigt Rigurds wildeste Fantasie. Wir werden die beste Ballade für Fürstin Itza spielen, die Elsweyer je gehört hat. Sicher doch, ich schnappe mir die Trommel. Eure Augen strahlen wie die Leuchtpilze in Dunkelfeste. Und ihr seid standfest wie die Hufe am Lauf einer Bergziege. Oh Gott. Wir sollten uns treffen, Pomei zu trinken und Wolfsfleisch zu essen. Warum singt ihr für Itzas Hauskatze Loda? Fürstin Itza, Rigurd hat eine logische Erklärung. Ihr habt großen Einfluss bei den Kajit. Also wollte Rigurd euch mit einem Lied beeindrucken. Doch erst musste er üben. Bei eurer Katze. Weil sie wie eine kleine Fassung von euch ist. Man kann sich kaum etwas traurigeres denken als einen verwirrten Nord, der eine Laute umklammert. Hallo. Fürstin Itza wird so tun, als ob Botschafter Rigurd sie nicht gerade mit einer Hauskatze verwechselt hätte. Wir entschuldigen uns, Fürstin Itza. Wir wollten euch nur beeindrucken. Euer Freund ist der einzige, der sich entschuldigen sollte. Seine diplomatischen Versuche haben schon Justo beleidigt. Und Asalda krank gemacht. Ja. Zum Glück für euch ist Fürstin Itza überzeugt, dass Botschafter Rigurd es nur gut meinte. Sie hat ihm sogar ein Friedensangebot mitgebracht. Ihr habt Rigurd ein Friedensangebot mitgebracht? Rigurd muss für seine komische, doch wohlmeinende Mission zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Nord und Kajit belohnt werden. Fürstin Itza hat ein Ehrenhaltsband mit Glocke mitgebracht. Er sollte es überall in Elsweih ertragen, damit wir immer wissen, wenn er in der Nähe ist. Belohnt ihr öfter Leute mit Halsbändern und Glocken? Nein, aber wir merken doch alle, dass Botschafter Rigurd etwas ganz Besonderes ist. Diese überreicht ihm nun diese würdige und totschicke Belohnung. Ich werde es sicherstellen, dass Rigurd auch weiß, was für eine Ehre das ist. Oh Gott. Fürstin Itza ist mehr als begierig darauf, ihren Einfluss dafür einzusetzen, Frieden zwischen Nord und Kajit zu stiften, nicht wahr? Nichts löst Probleme besser als eine traditionelle Liebesballade der Nord. Nun ja, außer mir. Fürstin Itza hat euch ein Ehrenhaltsband mit Glöckchen verliehen. Ein Halsband samt Glöckchen, das so gefertigt ist, dass es um Rigurds Stiernacken passt? Rigurd wird es mit Freuden bimmeln lassen. Bitte nehmt dieses Geschenk an, meine Freundin. Ohne euch hätte Rigurd keinen Frieden zwischen den Nord und den Kajit stiften können. Das ist ja furchtbar. Fürstin Itza wird ihr Bestes für den Frieden zwischen Nord und Kajit tun, damit ihr nach Himmelsrand zurückkehren könnt. Oh mein Gott. Ob das jetzt so erfolgreich war, I don't know. Aber sieht zumindest mal so aus. So, was haben wir hier? Wegschreien von Krempern. Äh, ja. Okay, ich gehe richtig. Nein. Ich gehe richtig. Und dann gucken wir mal, ob wir da hinreisen können, so ein bisschen. Zu den Schattentanzruinen. Die sind hier. Ja, dann können wir da hin. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So. Und jetzt sind wir da. Also halbwegs. Wir müssen jetzt noch hinlaufen. Dumm, 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 dumm. Kommen wir eigentlich von hier aus da hin? Ich weiß, hier steht eine Truhe, aber ich lasse die mal stehen, weil ich habe eh keinen Platz. Ich würde nämlich gerne diese Scherbe mitnehmen. Jetzt bleibe ich wieder überall hängen. Ach, da habe ich mich gar nicht gesehen. So, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Oh, ich habe jetzt schon wieder vergessen. Wie komme ich da hin? Oh! Drache! Achso, ja. Okay, das war doch der... Wie ist er jetzt wieder? Mit Carl Votit. Mulamnir. Viel zu lange kenne Drachen hier gesehen. Kamira wartet drinnen auf euch. Wenn der über uns kreisende Drache uns erspäht, versuche ich ihn zu verscheuchen. Okay. Samarag wird helfen. Ja. Wenn mehr hinter diesem uralten Tempel steckt, weiß ich nicht, wie man hinein gelangt. Ja. Das ist der richtige Ort. Ich spüre es. Doch nichts an dieser Kammer sieht aus, als ob es die Monde bewegen oder einen Pfad zu Jone oder Jode erschaffen könnte. Was übersehen wir? Ich habe es schon wieder zu spüren. Ketwell sagte, dass der Anhänger der Schlüssel wäre. Und der Riedeltar weiß, dass ich alles versucht habe, was mir einfiel. Ich habe ihn vor mich gehalten und voller Inbrunst der Welt präsentiert. Ich habe ihn sogar kräftig geschüttelt, aber nichts ist geschehen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun soll. Ihr sagtet, eure Mutter hätte es manchmal in der Halt gehalten und dass sie euch Geschichten erzählte. Vielleicht war es etwas, was sie sagte. Meine Erinnerungen und die Geschichten über Kunzari, manchmal vermischen sie sich. Die vielen Nachforschungen haben meinen Geist überfrachtet. Halt. Vielleicht. Har. Ich erinnere mich an eine Sache, die meine Mutter immer sagte. Vielleicht, wenn ich ihre Worte wiederhole, während ich den Anhänger halte. Es kann nicht schaden, es zu versuchen. Wenn Anäkinas Blut ruft, beginnt der Schattentanz. Bei den Monden. Ihr habt einen Pfad geöffnet. Geht ihr schon vor? Samarak und ich erledigen den Drachen dort draußen. Irgendwie. Mögen die Monde über euch wachen. Kommt, Fünfkralle. Mal sehen, wohin das hier führt. Okay. Der Schattentanz-Tempel. Wurden die Mondpriester zu dogmatisch und zu streng bei ihren Einschränkungen im Sinne der Reinheit oder mussten ihre Geheimnisse um den Schattentanz begraben werden? Aus welchem Grund auch immer blieb den Hierarchen der zwei Monde nichts anderes übrig, als die Städte aufzulösen? Mondbischof Hunal. Volk Kamira. Wie wunderschön. Warum war dies so lange verborgen? Äh. Weil... es vielleicht besser ist? Dieser Ort hat Wächter, wie es scheint. Aber sie konnten den Verräter nicht aufhalten. Jetzt bin ich auch gespannt. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Oder wie es danach zu Ende geht erst mal. Die Witterung des Verräters. Er kam hier lang. Oh. Dieses Relikt. Seht nach, welchen Reihen ihr euch darauf macht zu spannen. Oh. Die Geister erwachen. Die Tempel erkennt mich. Ich... Ich werde eingestimmt. Ach, schön. Sagen die noch was, oder...? Ich hoffe nicht. Also, es wäre schön, wenn... Aber nicht, wenn ich weg bin. Oh, was ist das? Chroniken von Yu-Hari. Kapitel 1. Die Kinder des Jezeits sei versichert, von denen Riedelta weiß, dass sie in Fleisch gehüllt sind, dass sich im Angesicht der heiligen und triumphierenden Seele der Weg in die Träume zeigen wird. Kapitel 1. Ein Jüngling kam zu uns und fragte mit aller Verehrung Yu-Hari von Weissand, ob er den Tanz der Schatten lernen könnte. Denn er hatte viele vor ihm vom großen Tanz von Anäkina Scharfzunge gehört, der geschätzten Vertrauten von Kun-Sari. Mit einer Zunge voller Plattitüden und Unterwürfigkeit flehte er Yu-Hari an, sein Wissen zu teilen, denn der Jüngling glaubte, ein Tanz, der die Monde bewegen kann, müsse wunderschön anzusehen sein. Und Yu-Hari schenkte dem Jüngling das Lächeln, das er den Jungen immer schenkte, eines voller Vertraurigkeit und Mitleid. Er fragte den Jungen, wie lehrt man, eine Schlange zu gehen, wie lehrt man einer Eule, ein Feuer zu machen oder einen Affen zu beten. Die Jüngling verstand, dass Yu-Hari ihm sagen wollte. Er dankte dem großen Weisen von Weissand über seine Worte und machte sich auf seinen langen Heimweg. Yu-Hari rief dem Jüngling nach und obwohl der Weise von Weissand kaum hörbar flüsterte, trug der Wind die Stimme, als käme sie direkt von Jone und Jode. Yu-Hari bot dem Jüngling an, sein Wissen über den Tanz mit ihm zu teilen. Die Jüngling war verwirrt. Man konnte eine Schlange nicht lehren, wie man geht. Keine Eule konnte Feuer machen. War das denn nicht damit verglichen worden, wie es sei, den Tanz der Schatten zu lehren? Der Weise von Weissand nickte. Eine Schlange bleibt immer eine Schlange, eine Eule immer eine Eule. Aber die Seele kann viele Gestalten haben, obwohl es Lebenszeiten dauern kann, bis sie diese einnimmt. Vielen ist dieser Preis zu hoch und sie werden den Tanz der Schatten nie kennen. Der Jüngling nickte und überlegte und als Yu-Hari sich in den Tempel des tanzenden Schatten zurückzog, folgte ihm der Jüngling. Oh, fertig. Teil 1. Okay. Oh. Und ich muss die Monde bewegen, um es zu bekommen. Oh. Wenn ein paar Katzen dabei sterben müssen, was soll's. Ach, Catwell, warum? Ihr seid wahnsinnig. So redet ihr mit eurem neuen Gott? Der Tempel. Maniere. Er zeigt uns, wie der Verräter sich eingestimmt hat. Oh. Das finde ich aber echt nicht so schön. Ach, Catwell, ich hab dich so gern einig. Das gefällt mir gar nicht. Noch ein Tempel-Relikt. Aktiviert für mich fünf Krallen. Ich verstehe. Werden die Monde bewegt, kommt es zu einer Mondfinsternis. So öffnet sich der Weg zum Kern von Jode. Mhm. Es ist fast schon schade, dass Anukinas Getreue sich auf meine Klinge stürzen. Aber nur fast. Es ist fast. Oh Gott, ich Das ist doch beides jetzt doof Egal, ich nehme jetzt das Klatsch, klatsch, klatsch So Das letzte Tempelrelikt Da ist es, aktiviert es bitte Jetzt fünf Kralle, wir müssen das Allerheiligste des Tempels erreichen Oh Gott Halt, meine Freundin Unterhalten wir uns, bevor wir den Verräter stellen Okay Diese uralten Erinnerungen werden mit jedem Augenblick, der verstreicht, klarer Wir folgen demselben Pfad, den die legendären Helden beschritten Kunzari, Anekina, der Verräter Sie alle wandelten hier, um das Herz von Jode zu erreichen Erzählt mir alles, was die eingestimmten Erinnerungen euch gezeigt haben Ich erkenne die Wahrheit der Mythen und Legenden Kunzari überlistete Kalgrontid, damit dieser die Macht der Drachen in Jodeskern speicherte Danach lockten die Helden der Krajun sie in die Kolossalen und versiegelten die Tore Genau, dann schlacht der Verräter Kunzari hinterlistig nieder Ja, er ermordete Kunzari und kam dann in diesen Tempel, um die Macht zu erhalten, die Monde zu bewegen und den Weg zu Jodeskern zu öffnen Wisst ihr, der Pfad erscheint nur am Mondtor von Anekina, wenn die Monde ausgerichtet sind, wie bei einer Mondfinsternis Die Mondpriester haben damals den Verräter aufgehalten Stimmt, aber viele starben, bevor sie ihn enthaupteten Der Verräter war der größte Krieger seiner Tage Falls es zu einer Schlacht kommt, wird sie nicht leicht werden Es gibt eine Apparatur im Refugium, die mit dem großen Mondtor verbunden ist Danach suchen wir Ihr kümmert euch um die Apparatur und ich kümmere mich um den Verräter Habt ihr einen Rat für den Kampf gegen den Verräter? Hm, vielleicht Gewölbe der himmlischen Geißel Hier geschah er, der Vorfall, der zur Aufhebung der Adepten der Tanzenden Schatten führte Alle Einzelheiten zur Schreckenstat wurden auf Erlass des Schwurgerichts der zwei Monde aus den Archiven der Mondbischöfe gelöscht Oha Jetzt bin ich gespannt Ich bin gerade auch so ruhig, weil ich viel zu gespannt bin Oh nein Zu spät, ihr Narren Die Mondfinsternis hat begonnen Ich werde mir die Macht mit den Drachen teilen Großherzig findet ihr mich? Ich kann aus Wunderrichtung zuschlagen Hier, lasst mich einen zweiten Pfad ins Reich des Vergessens öffnen Weißt euch ein bisschen Ruhe Etwas stimmt nicht Ich kann die Mondfinsternis nicht aufhalten Oh no Der Verräter hat etwas damit gemacht Die Monde können mich nicht hören Könnt ihr die Mondfinsternis nicht aufhalten? Nein Der Verräter hat die Monde in Befähigung gesetzt Und sie hören nicht mehr auf mein Lied Es gibt nichts, was die Drache noch davon abhalten würde Durch das Mondtor von Anekina zu Jodeskern zu gelangen Also ist Elsweide im Untergang geweiht? Noch nicht Diese Apparatur bewegt die Monde Aber das Mondtor von Anekina erschafft das Portal zu Jodeskern Zum Glück habe ich einige Truppen dorthin verlegt Damit sie es vor den Drachen beschützen Ich werde zu ihnen stoßen Doch erst, so sagen es mir die Erinnerungen Muss ich noch eine andere Aufgabe hier übernehmen Was müssen wir tun? Anekinas Erinnerungen zeigen mir Wie sie einst das Drachenhorn einsetzte Das Kampfdrachenhorn, das ihr mir gegeben habt Muss aufgeladen werden Damit seine Macht wieder hergestellt wird Aktiviert das Tempelrelikt in der Nähe Und ich werde das Drachenhorn aufladen Okay Kuntzari Anekina Kadre Ione und Jode Sie alle Im Drachenhorn Ein Bad im Plasma von Kalthafen Und schon ist man wieder so jung wie der alte Abend Na, wo steckt mein Böses selbst? Wo ist der Unhold? Lasst mich an ihn heran Ich kehrte so schnell ich konnte zurück, um euch zu helfen Und dem Verräter eine ordentliche Abreibung zu verpassen Der Verräter wurde vernichtet, doch was ist mit euch? Ich fühle mich tiptop, muss ich sagen Ich dachte, es läge an der bequemen Enge meines geliebten Kalthafens Doch ich schätze, es hat wohl doch mehr mit der Vernichtung meiner anderen Hälfte zu tun Nun, das war eine schöne Schau Die Welt ist gerettet Nicht wirklich, der Verräter hat die Monde in Bewegung gesetzt Wenn sie sich ausrichten, können die Drachen den Kern erreichen Das klingt gar nicht gut Ne Lasst mich nachdenken Hm Wenn ich mich konzentriere Kann ich mir ins Gedächtnis rufen Was meinem verabscheuungswürdigen anderen ich durch den Kopf ging Er wollte sicher gehen, dass niemand den Pfad daran hindern kann, sich zu öffnen Das hatte er dem Drachen versprochen Es muss einen Weg geben, die Mondfinsternis aufzuhalten Ich fürchte nicht Zumindest nicht von hier aus Er hat irgendetwas mit dem Apparat angestellt Er lässt sich nicht nochmal benutzen Kamira könnte womöglich in der Lage sein, die Monde zu trennen Doch das wird sie am Mondtor tun müssen Sie wirkt aber auch ein bisschen kränklich, oder nicht? Wir müssen sie zurück nach Krempen bringen Ich bin wohl auch Katwe, können wir euer Portal nutzen, um nach Krempen zurückzukehren? Natürlich, Kamira Alles ist bereit Okay Oh Mann Ah, Hilfe Ich denke es ist what uh T fourteen Oh man Ja Oh man Tatsächlich ist das So Oh man N worth Oh man lose Tatsächlich ist das die Kamira. Du Arme. Was machen wir jetzt, Kamira? Garesch Ri ist bereits zum Mondtor von Anäkina aufgebrochen, um dort die Truppen zu führen. Wir schließen uns ihn bald an. Vielen Dank für die Hilfe bei meiner Einstimmung, Fünfkralle. Mit euch und meinen Ahnen an meiner Seite werden wir einen Weg finden, um die Drachen aufzuhalten. Ja, und ich muss wieder irgendwas hier löschen. So habe ich keinen Platz. Der Mondfinsternis, Garesch, wir haben den Verräter aufgehalten, aber nicht bevor er die Monde in Bewegung setzte. Bald werden sie sich ausrichten. Wenn die Mondfinsternis beginnt, öffnet sich das Mondtor von Anäkina und gewährt Zugang zu Jodeskern. Und genau das wünschen sich die Drachen. Wie viel Zeit bleibt noch? Etwas, aber nicht viel. Zum Glück haben wir erwartet, dass es eine Verbindung zu dem Mondtor gibt. Und Garesch Ri schon mit allen Truppen vorgeschickt, die wir erübrigen konnten. Leider waren das nicht sehr viele. Ich wünschte nur, wir hätten einen Notfallplan. Was ist mit dem Drachenhorn? Das Kampfdrachenhorn ist aufgeladen. Aber wir kennen noch immer nicht sein volles Potenzial. Wir dürfen seine Energie nicht vergeuden. Daher sparen wir es uns auf, bis es wirklich gar nicht mehr anders geht. Wir sollten uns nun auf den Weg zum Mondtor machen. Sagt unseren Gefährten, dass es Zeit wird. Ich versammle unsere Verbündeten. Unsere Gefährten haben den Palast verlassen, um Krempen zu durchstreifen und näher zu überdenken, was nun zu tun ist. Sucht nach Abnurtarn, Samarag und Präfekt Kalo. Auch nach Kratvel, falls er noch hier ist. Ich hätte gern, dass sie am Mondtor zu uns stoßen. Doch ich habe Verständnis, wenn sie das nicht wollen. Was ist euch nun eigentlich im Schattentanz-Tempel widerfahren? Ich kann euch nur sagen, was ich erlebt habe. Ich wurde eins mit dem Tempel. Mit all seinen Erinnerungen und all seinen vergangenen Erfahrungen. Ich wurde mit meiner Blutlinie verbunden. Mit der ersten Anäkina. Ich wurde eingestimmt. Was soll eingestimmt heißen? Ich durchlief den Vorgang der Einstimmung genau wie Anäkina und die Mondpriester des Tempels. Genau wie Kratvel. Ich weiß, wie man die Monde bewegt, wenn wir eine funktionierende Mondbandeapparatur finden. Könnt ihr jetzt auch Portale wie Kratvel öffnen? Wo steht das Mondtor von Anäkina? Das uralte Bauwerk erhebt sich weit im Südwesten aus dem Dschungel. Allein der Gedanke, dass ein Ort, der vor allem als Pilgerstätte und historische Kuriosität bekannt ist, der Schauplatz der wichtigsten Schlacht in Elsweires Geschichte sein könnte... Erzählt mir mehr über das Mondtor. Die Mondtore gehören zu den ältesten Ruinen in Elsweir. Von den wenigen Städten, die wir kennen, sind die in Anäkina am besten erhalten. Für die Mondpriester sind sie heilig. Der Riedeltar verknüpft es mit den Mondbanden. Für uns andere ist es nur ein Haufen alter Felsen. Dann versammeln wir in der nächsten Folge unsere Gefährten, denke ich mal, falls jetzt wieder irgendwas in die Quere kommt. Aber ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüss. Tschüss.